So, jetzt kommt die Big-Trainerin hier ins Spiel. Die soll nämlich ab jetzt, also ganz random, auch eine Rolle in diesem wundervollen Film bekommen. Ich bin immer noch der Meinung, sie sollten eine für vier drehen. Jetzt spielt jetzt den Trainer hier mit einem Carrot-Stick. Ich habe keine Gerte. Naja, egal. So, jetzt kommt sie. Kannst du dich erstmal anstrengen oder was? Bewege dich jetzt darüber! Vernünftig! Angalopieren! Los jetzt! Drama. Du sollst reiten! Die lacht ja. Die lacht? Ey, ich drehe gerade mit. Hallo. Ich werde diesen Film supporten. Vorwärts! Heu mir mal ihr Druck da! Alter, meine Oma schneller! Vorwärts jetzt! Du sollst aufs Sprung gucken! Guck hin! Guck hin! Guck hin, wo der will! Das kann ja wohl nicht sein! Das kann ja wohl nicht sein! Alter, was macht die? Alter, der ist der Sprung hier! Ja, Mann. Alter, der ist der Sprung! Alter, der ist der Sprung! Was jetzt? Mr. Eko! So, Achtung, jetzt kommt eine total interessante Szene. Warte, welche Szene üben wir denn jetzt? Du gehst jetzt? Du kommst jetzt mal an. Okay, sie sind sich richtig einig. Michael, du kommst da an und sagst, ich will den Gaul jetzt kaufen für meine Tochter. Okay. 1,5. Hat jeder verstanden. Warte, welche Szene üben wir denn jetzt? Der Gaul. Der springt. Den kauf ich. Den kauf ich. 1,5 für mich? Und der gehört mir. Nur 1 von... Für kein Geld der Welt! Aus dem Weg! Ich werde dich niemals gehen lassen. Komm, wir müssen uns verstecken! Action! Abi, siehst du sie? Habt ihr sie gesehen? Ich kann sie nirgendwo sehen! Wir müssen das Pferd suchen. Ich will endlich mein Pferd haben! Der Verlag. Zum Glück haben wir uns so gut versteckt, Josh. Jetzt aber woanders hin. Wo ist das Pferd? Wir wollten es kaufen. Was tut ihm leid? Was tut ihm leid? Wir gehören einfach zusammen! Der gehört in meinen Stall! Er wird gefördert! Mein Pferd!